einen wunderschönen guten tag herzlich willkommen aus aktuellem anlass gibt es heute ein video und zwar gibt es seit heute also vom 12 märz bis zum 22 märz die möglichkeit für euch im spiel sogenannten blaupause fragmente ihr mit persönlichen aufträgen sammeln können für jede fahrzeugstufe für jede nation da gibt es die möglichkeit für euch diese gegen gegen items zu tauschen haben viele von euch haben heute im chat schon gefragt ja wo genau finde ich das wie komme ich dahin und da habe ich mich kurzerhand entschlossen schnell ein video drüber zu machen klicks dauert auch gar nicht lange um euch nur zu zeigen wo finde ich meine fragmente wo habe ich einen gesamtüberblick über alle fragmente und wo kann ich dann meine fragmente belohnungen eintauschen als allererstes wenn ihr euch einen überblick verschaffen wollt geht ihr auf lager dann habt ihr hier den menüpunkt blaupausen nicht erforschbarer fahrzeuge klickt ihn bitte drauf dann habt ihr hier im oberen bereich alle blaupausen ihr auf eurem account habt in der übersicht seht einmal die universellen blaupausen und die einzelnen nationalen blaupausen je nachdem weit ihr da schon seid wie lange ich schon spielt werdet ihr dort unterschiedliche mengen an blaupausen das soweit zu dem thema wo sehe ich eigentlich wie viele blaupausen ich habe ohne jetzt in den forschungsbaum klicken zu müssen das findet ihr wie gesagt unterlager und dann hier auf den zirkel drauf wenn jetzt eure fragmente tauschen wollt dann geht ihr auf den reiter nachschub und dann habt ihr direkt hier oben top angebote hier steht es auch noch mal bis zum 22 märz ist das ganze verfügbar und dann auf den button tauschen und hier wird euch jetzt angezeigt was könnt ihr für eure fragmente kommen wir müssen hier unterscheiden es gibt einmal die universellen fragmente und einmal die nationalen je nachdem gibt es die unterschiedlichen fragmente auch unterschiedlich items beispiel es gibt aktuell die möglichkeit hier für 50 fragmente der russischen nation den 3d-stil montu zu bekommen das ist für die is 3 und für alle die die noch nicht haben für 50 fragmente der italiener gibt es den stil für den progetto am endeffekt draufklicken kaufen garage fertig dann haben wir 2d stile die finden wir hier und hier für diese 2d stile müsst ihr 50 universelle fragmente haben und hier gibt es keine begrenzung da könnt ihr so oft kaufen halt fragmente habt ich habe mir heute schon mal den gegönnt den zeige ich euch gleich noch mal der sieht ganz gut aus den astra kennen auch schon einige oder eischelf auch das sind durchaus beliebte 2d stile in world tanks aber auch die zu finden hier tag des toten der toten dreh auf wenn die euch natürlich genügend fragt ich habe noch ein paar 1820 habe ich noch hier auf dem account liegen denke ich werde mir noch die ein oder andere zwei data gehen wir zurück die premium gibt es auch ihr könnt einen tag drei tage oder sieben tage tauschen sieben tage kosten hier 140 fragmente universelle fragmente ist verfügbar genau einmal also hier sehen wir ist auf jeden fall auf maximum gesetzt ihr könnt einfach nicht mehr auf oder erkaufen ist das hier sind die pakete einmal verfügbar bis auf den wot premium tag eins den könnte zweimal eine geschichte für alle die die vielleicht kein geld investieren wollen wenn es jetzt über fragmente die auf dem account rumliegen weil die fertig seid wir wissen es ja nicht viele werden sich freuen es gibt auch bücher persönliche und universelle handbücher im tausch gegen blau pausen fragmente jeweils verfügbar das personalisierte ausbildungsbuch einmal für 60 an für 60 fragmente und das universelle handbuch wenn wir vier mal kaufen für jeweils 60 fragmente satzungsmitglieder gibt es auch besatzungsmitglieder mit genug erfahrung für eine fertigkeit oder einem vorteil im tausch gegen blau hause fragmente ihr seht ihr jeweils die nation wo er die nationalen fragmente benötigt und unten rechts seht ihr immer die verfügbarkeit also hier sehen wir wir können jeweils fünf besatzungsmitglieder für die jeweilige nation holen vorausgesetzt ist natürlich ihr habt genügend nationale fragmente hier als beispiel bei der nation frankreich und ich kann mir dort nichts holen denn ich habe keine fragmente um mir hier einfach ansatzungsmitglied zu holen fehlen mir also bei den anderen geht es aber da bin ich so weit durch da brauche ich keine crew dann gibt es besatzungsmitglieder mit dem waffenbruder als null und gegen genügend ep noch eine weitere fertigkeit beziehungsvorteil kosten dann halt 40 nationale fragmente und auch hier ist jeweils die verfügbarkeit angegeben es gibt auch die kleinen bücher ausbildungsartgeber hier ist für nationale fragmente das ganze zu erhalten jeweils zehn pro buch also wer da noch das eine oder andere braucht draufklicken tauschen fertig finde ich eine coole geschichte wir haben auch schon ein paar fragen gesammelt werde ich auf jeden fall weitergeben an wg ob möglich sind die wir doch einführen können schauen was sie sagen das hier ist der 2d stil ich gerade gezeigt habe den habe ich mir heute gegönnt ich finde der sieht sehr nice aus also ist er hier auch drauf ja das war ein kurzes video zu wo finde ich meine fragmente wie kann ich das mit den fragmenten machen ab viel spaß dabei ich hoffe dass sie alle genügend fragmente auf einem account habt um euch das eine oder andere zu holen in diesem sinne grüße gehen raus wir sehen uns ciao